Es geht los und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem super innovativen Superformat Is it loud? Tonight. Ganz genau das. Die Spiele von der Egelpong mittlerweile ist Sandra, die absolut in der Lage ist, Bierpong zu spielen, oder? Ja, es hilft. Sandra, du hast schon neulich noch eine Stunde gebraucht, das ist ein, ne? Okay, alles klar, ich werde den ersten Wort... Spaß, ich tu jetzt so. Wir müssen, hey, wir müssen Egelpong, wir dürfen Luca nicht diskriminieren. Okay, Luca darf natürlich auch werfen. Ich würde sagen, die erste geht auf Luca. Okay, Luca, Achtung, du bist dran. Ja. Ah, klappt dann nicht vorbei. Perfekt. Einfach nur noch perfekt. Okay, ich würde sagen, liebe Leute, der Werstgeber wird hier den... Bitte, wer soll den ersten Wurf machen? Ich mach den ersten Wurf, ich werde euch ganz kurz zeigen, es gibt ne gewisse Spin-Technik bei dem Ganzen, die ich hier über mehrere Jahrtausende ausgearbeitet hab. Passt ganz kurz auf, ich nehm' jetzt hier nämlich den 62er Winkel und schwing dazu in die afterwards her. Tonight, 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 tonight! Okay. Einfach nur noch perfekt. Scheiß... No, ich hab' nicht schlecht. Nee, warte, ich schlägt. Oh, so bad. Ganz kurz, wenn du triffst, der muss dann einen kriegen. Wolltet ihr nicht auf Ende mischen? Nee, warte, warte, ich suche einen aus, der trägt. Ach so, meine Damen und Herren. Also, Luca, warte ganz kurz. Folgt mir auf Instagram, hat er da hingeschrieben. Ach, da kann man den Text reintippen, oder was? Das ist ja brutal! Okay, alles klar, Leute, ich würd sagen, ganz kurz, zur Zwischeninformation, kurz der Disclaimer. Ein bis zwei Tornados wurden heute schon gezickelt. Wir sind absolut nüchtern. Ey, das gibt's doch nicht! Ich darf das einfach aus der Pause fallen. Scheiße! Ey, wir haben 20 mehr. Liebe Leute, danke fürs Zuschauen. In diesem Sinne, vom Pickstorm! Ey, der drückt einfach okay, ein 30er. Da merkt man, dass er einfach abgehoben ist. Guck mal, er tut jetzt so, als hätte er was Wichtiges zu tun, aber dabei... Was? Tonight! Oh, oh! Oh, was? Ey, das tut mir so leid! Wie kann man so beschäftigen? Aber darf ich noch mal werfen? Ey, Junge, Alter! Wer muss trinken? Ich? Okay. Ach so! Boah! Darf ich entscheiden? Ja, da ist echt nicht drin, da sind zwei Schlücke drin. Ne, einer! Ja, dann drehe ich. Tonight! Tonight! Ja, genau! Ey, Tobi, bitte, wir drehen hier gerade, ja? Ey, das ist so schlecht! Warte, ich geb dir kurz so Kriegsstimmung, damit du so weißt, es geht in keep. Okay! Wau, 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 wau! Wo-oh! Schade, 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 schade! Mein Gott sind wir beestationen. Du bist dran! Ja! Oh, mein Gott! Jaaa! Das ist so ekelhaft, das ist keine Ahnung. Was ist das? Entspannend. Entspannend. Perfekt. Okay. In diesem Sinne, meine Daumen und Herren, Hebrew change! Pssst! Ah! Hey, ich treff nicht ein! Mann! Wie wirfst du? So schlecht. Oh! Bitte zum Wodka-Shop! Was sagst du immer? Oh nein! Was sagst du immer? Oh, nice! Was sagst du immer? Ich treff nicht damit! Warte, Gott. Oh mein Gott. Ich hab doch gar nicht ausgewählt. Ah, okay, schön richtig. Du, trink. Entspannend. Was war's? Keine Ahnung, hat gut geschmeckt. Okay. Macht euch gefasst auf die unglaubliche Fortsetzung der Dinosaurier. Was? Das gibt's doch nicht! Die Runden laufen. Alter, hä? Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Alter! Es ist der! Es ist der! Warte mal! Oh, mein Gott! Nein, nein, nein! Der hat das erste Mal geraucht und nachgesetzt. Oh, fuck! Also mal ganz kurz, ich will eines noch was sagen. Unsere Kameramänner wurden extra dafür bezahlt, eine aggressive Reaktion zu machen. Egal, was kommt. Da könnte Wasser kommen, die Boys würden sagen, ach du Scheiße, los! Der Typ muss Wasser trinken! Oh mein Gott. Ey, voll du, oh mein Gott. Einfach pranked Ross, oh mein Gott. Entspannend. Hä? Wie du die Eiser hast. Wie du die Eiser hast. Würde ich hier so... So gebohrt, wie du auf dem Kopf hast. Hoaaah, Sandra! Hast du mal riemen? Oh, nee. Oh, was? Halt's Maul, Alter! Okay, krass. Wie schmeckt der? Wie bist du? Wie schmeckt der Staub, der auf unserer... Leute sagen, ich bin krank, Dicke, ja? Ja, ich bin hier auf der Bank... Dicke, ja. Gut. Lassen wir's, komm. Ey, das ist so ein Scheiße, Alter. Ey, also es gibt nicht. Da darfst du gar nicht mehr werfen, oder? Ich möchte mir noch einmal ganz kurz bedanken bei Rehli für dieses innovative Format. Ich persönlich weiß jetzt gerade nicht, hat man das schon mal irgendwo auf YouTube gehabt, das Format? Ich sag's dir gestern, ja? Und man muss wirklich sagen, Rehli, auch danke einfach nochmal für die Einladung. Okay, wir haben Spaß gemacht, jetzt geht's los. Hey, Junge! Hä? So ein Scheißspiel. Warte, 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 warte. Okay. Ah, das ist mal gelacht. 10,1. Oh mein Gott, der will... Oh, der ist wirklich stimmt. Oh nein. Oh, ist das widerwärtig. Das ist einfach mal Cola. Sollen wir eine Runde Rage Cage spielen? Oh ja, das ist mein Lieblingsspiel. Wie geht das? Darum herumlaufen, ne? Ja. Ne, man muss... Ja. Ja, rigged. Die Nummer ist rigged. Ja, Niko! Yeah! Oh mein Gott. Das ist richtig schlimm. Es ist Spirulina. Es ist Spirulina, Bro. Oh mein Gott, Digga. Warte mal ganz kurz. Holy shit, das ist dickflüssig. Das ist hoffentlich nichts mit Kiwi. Oh mein Gott. Kein Kiwi-Banane. Oh mein Gott. Ich fühle mich... ...vitaminisiert! Das ist gut... Perfekt! Nur noch so perfekt. Ich begehe es mit ganzem Körper! Ey, Digga, ich komme auch mit dir! Wenn du dich gerade an der Kante angeschossen hattest, dann wäre so die Karriere als Immobilienformat einfach mal vorbei gewesen. Oh, ich trink den selber. Oh mein Gott, ich will es selbst trinken. Warte, 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 warte. Digga, das ist das Bestimmte, wie du das jemals gedreht hast. Ja, voll. Ist das geil! Ich kann mich raten, Mineralwasser. True, Mann. Oh, oh, ich hab mir dann ein erster Run. Oh mein. Ich kriegst du nicht mehr. Oh mein Gott. Eliminate Mist, Scrabber in den Käse. Eliminate Mac, und du bist wack. Nee. Lass mich raten. Holunder sie rum. Holger Leute, holunder sie rum. Hast du gerade einen Zahn verloren? Nee. Nee. Ah. War schlimm, ne? Alter, ich fahr vorher. Ich hab schon leer getrunken. Hast du meins auch leer getrunken? Ja. Ey, ich hatte übelst Durst. Ron? Nicht Durst. Rolabella? Rolabella. 3, 2, 1. Ja. Ja. Wie stehen die da? Warte, lass stehen. Lass stehen. Oh. Man kann kontronn, okay? Kontronn. Oh. Das war deiner. Entspannend. Das ist wirklich ekelhaft. Oh mein Gott. Was war's dieses Mal? Cola mit Wasser. Ach du fein. Der läuft. Digga, er sagt zu mir. Bro, lass doch eine Ekelpomp-Challenge spielen. Ich sag so, Bruder, innovatives Format. Ich komm an, der füllt Cola in deine Gläser. Und das ist das Geheimnis? Genau, das ist die Innovation von deinem Misserfolgskonzept, oder? Ey, wollen wir machen, der nächste der trifft. Darf sich drei Wächter aussuchen und ein bisschen gewinxen. Okay, gewinx. Komm. Der nächste der trifft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was passiert? Ich helau. Nein. Alter, wem gehört das? Das ist von mir. Das ist fett, Digga. Ja, das hat einen Elektromotor. Echt jetzt? Das fährt 40. Halt's wollen. Ja. Okay, der nächste der trifft, drei Wächter mixen. Schnell. Oh mein Gott, du hast das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zeig einmal in die Kamera, wie sieht es aus. Zeig einmal. Nein, 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 nein. Nein, nein, nicht du, nicht du, nicht du. Komm, komm. Gib her, gib her. Was trinkt? Sorry, ich musste rübsen. Digga, was hast du gegessen? Du Schwarz. Nee, ich vorhin halt. entspannend ja ich glaube ich muss wirklich sagen wenn es die definition von ekel gibt dann hat die in diesem video stattgefunden und genau in die instagram sein gesicht in diesem sinne liebe leute danke fürs zuschauen schau beim nächsten mal gerne wieder vorbei lasst 57 daumen nach oben da und abonniert auf jeden fall den kanal von ebomakler52 ja